Heute bin ich wahrlich ein Glücksvogel. Ich zeige euch die Landschaft. Straße. Frieden überall. Woran das liegt, weiß ich eigentlich nicht. Hier vielleicht die Antwort. So friedlich. Der Tag begann so friedlich. Und das machte mich übermütig. Weiß noch nicht, wie ich hier weiterkomme. Aber ich glaube, heute kommt kein Regen. Und daher bleibt es im Flussbett trocken. Mal schauen. Trotz der Hinweise scheinen sich nicht alle daran zu halten. Als Beweis zeige ich hier die Einschüsse. Aber ich muss schauen, dass ich wegkomme. Hier sind so viele Bienen.